Hey Leute, wie geht's euch? Hier ist wieder euer Lost und herzlich willkommen zu meinem kleinen Battlefield Hardline Beta Tweaking Guide, mit dem ihr eure Performance und euer Mouse-Movement im Spiel verbessern könnt. Ja, die Battlefield Hardline ist gestartet, die Version 2 ist nun am Start und viele da draußen haben bestimmt die ein oder anderen Performance-Probleme, was die Performance an sich im Rahmen der Frames per Second oder aber das Mouse-Movement angeht. Und ich hab hier ein paar Tipps am Start, mit denen ihr ganz schnell eure Performance verbessern könnt. Als erstes solltet ihr hierbei in den BF Hardline Beta 2 Ordner gehen. Der Pfad ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, wo sich das Ganze befindet. Dort angekommen, macht ihr über Rechtsklick und Neu eine neue Textdokument auf. In diesem Textdokument gebt ihr dann den unten in der Videobeschreibung befindlichen Code ein. Dieser sieht folgendermaßen aus. Diese Befehle haben unterschiedliche Auswirkungen auf euer Spiel. Das gab es schon bereits zu Battlefield 4 Zeit und hat dort auch mir und vielen anderen draußen ordentlich geholfen, um die Performance entsprechend zu boosten. Der oberste Wert ist vielleicht wichtig zu erklären. GameTime.MaxVariableFPS und dann die Zahl 145 legt fest, wie viele Frames per Second ihr maximal im Spiel habt, beziehungsweise auf welche Zahl ihr diese lockt. Wenn ihr also einen 60 Hertz Monitor habt, könnt ihr hier 60 eingeben, sollte dabei jedoch immer ein paar Frames drüber sein. Ich habe einen 144 Hertz Monitor, deswegen gehe ich hier 145 Hertz an, um diesen einen Frame noch drüber zu sein. PerfOverlay.drawFPS gibt euch in-game standardmäßig in der rechten oberen Ecke die Frames per Second an, was eigentlich ganz praktisch ist, um hier mal eine Übersicht zu haben. Wenn ihr das jedoch mal ausschalten wollt, dann geht ihr einfach wieder in diese Config rein und macht statt der 1 die 0 oder löscht das einfach komplett raus. Wenn ihr das habt, geht ihr auf Datei, Speichern unter. Da müsst ihr natürlich darauf achten, dass ihr weiterhin in dem Ordner bfh-beta2 seid und hier gebt ihr nun ein, in klein geschrieben, user.cfg. Damit erstellen wir nämlich eine Config-Datei. Das Weitere müsst ihr darauf achten, dass ihr unten bei Dateityp nicht Textdatei stehen habt, sondern alle Dateien. Das Ganze dann abspeichert und wenn ihr das dann zumacht, seht ihr, dass hier unsere user.cfg keine Textdokument mehr ist, sondern eine CFG-Datei. Weitere wichtige Änderungen, die ihr tätigen sollt, gibt es in den In-Game-Optionen, gerade was den Grafikbereich angeht, aber auch in den Gameplay-Optionen sind hier schon Sachen dabei, die wir ändern sollten. Als erstes fangen wir beim Netzwerk-Glättungsfaktor an. Bereits bekannt aus Battlefield 4 sollten wir den auf 0 stellen, um die Latenz entsprechend zu verbessern. Des Weiteren müsst ihr den Netzwerk-Update-Wert hier unten von Auto auf 1 stellen, um das Ganze noch weiter zu optimieren. Angekommen in den Grafik-Optionen solltet ihr hier gerade auf der rechten Seite darauf achten, folgende Einstellung zu machen. Falls ihr euch wundert, warum ihr das Ganze hier nicht ändern könnt, müsst ihr hier auf der linken Seite im unteren Feld unter Grafik-Qualität das Ganze auf individuell stellen, um dies dann auch hier explizit jeden Wert einzeln einstellen zu können. Bei der Gitter-Qualität oder auch Mesh-Quality solltet ihr darauf achten, dass es auf Ultra bleibt, um die Darstellung von Objekten nicht stark zu beeinflussen. Jedoch solltet ihr vor allem verzögertes Anti-Alizing, Post-Anti-Alizing und die Umgebungssicht komplett runterdrehen, um einfach den entsprechenden Performance-Boost zu haben, da gerade diese Sachen, vor allem Anti-Alizing-Geschichten, ordentlich Performance ziehen. Um euer Mausempfinden entsprechend zu verbessern, solltet ihr natürlich die vertikale Synchronisation, also V-Sync, ausschalten, um dem Ganzen entgegenzuwirken und des Weiteren über Steuerung den Raw-Mouse-Input einschalten, wobei es hier natürlich immer ein bisschen Zweifel gibt. Die einen sagen ein, die anderen sagen aus. Ich habe ihn hier noch eingeschaltet, probiert das einfach mal aus. Ihr könnt natürlich auch mal eine Zeit lang, wenn ihr mit dem Wert eingeschaltet gespielt habt, auch mal ausschalten und überprüfen, ob es euch vielleicht ein bisschen besser vorkommt. Ja, das waren schon meine Tipps und Tricks zum Performance-Tweak für Battlefield Hardline-Beta, mit der ihr eure FPS ein Stück weit boosten und euer Maus-Movement verbessern könnt. Und wenn ihr mehr davon haben wollt, dann schreibt doch unten in den Kommentar, ob es euch gefallen hat und ob es euch auch geholfen hat und lasst einen Daumen nach oben da, denn ihr wisst ja, wie es funktioniert. In diesem Sinne, behaltet euer Ziel immer im Auge. Euer Lost.